Moin Moin und Hallo! Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge 30 Minuten mit, wo ich euch aus meiner Bibliothek von A bis Z Spiele vorstelle, wie man sie in den ersten 30 Minuten erlebt. Daher auch der Name. Heute möchte ich euch zeigen auf der Xbox 360 Crystal Defenders, inspiriert von Final Fantasy. Also habt ihr Bock auf ein bisschen Tower Defense Gaming? Bleibt dran, bis gleich! So, da sind wir auch schon wieder, machen den Game Sound an und starten die 30 Minuten jetzt. Okay, Speichergerät wählen. Bestätigen. Machen wir mal ein bisschen leiser. Aua, aua, aua. So, wollen wir mal ein Spiel starten. In der Welt 1. Ich kann euch eins garantieren, das Spiel ist so knackig. Ähm, wir fangen mal mit hin. Ersten Level an. Auch ein bisschen leiser, joh. So, jetzt können wir arbeiten. Neuer Gegner. Was nehmen wir denn mal hier? Nehmen wir den Bogen schützen gleich? Ne, wir verteilen erstmal in den Ecken hier. Da ballern wir einen hin. Da geht nicht mehr, da auch nicht, also hier. Und dann ballern wir auch noch meine. Boah. Den... Levelbau. Okay, das sieht doch gut aus. Beginnen wir die Welle. So, der hat alles im Griff. Was kostet die nächste Stufe? Okay, Wave Clear. Nächster Gegner ist Bugnambus. Hm, 25. Hm, machen wir das. Dann... Ah, einen braucht er noch. Komm. So. Jetzt erhören wir. Und somit hat er wieder alles im Griff. Welt Clear. Ameisenlöwe. Aber da... ein paar Stärken gemacht. Da kommt eine... Da kommt eine... Da kommt auch eine. Komm. Go. Komm schon noch die Welle. Und... Let's... Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt nämlich so ein komisches Schleimmonster am Blutjimmel. Hm, starten wir mal die Welle. Oh, warte mal, wir haben doch noch Magier. Zweit Magier, der war cool. Da müssen wir noch einsetzen. Das war hier. Oh, das ist in Ordnung. Denn die nächsten kommen hier. Einer da. Und keiner da. Nein, ich wollte das doch perfekt schaffen. Okay, dann die Köter. Die haben wir. Dann kommen die kleinen Zwergerchen. Oh, warte mal, können wir hier? Nein, können wir noch nicht. Wir müssen noch sparen. Jetzt können wir. Dann muss man nicht. Dann. So kriege ich die Kasse. Und das heißt, er kriegt einen Ausstieg. Er kann nicht. Wir müssen gucken, wie weit. Wir müssen jetzt gut aus. So, jetzt wollen wir nämlich. Den Magier mit einbinden. Und der höher. Und da ein Erinnerung. Und da ein Erinnerung. Sehr gut. Magieresistent. Das ist egal. Denn. Wir brauchen jetzt 50. Was kostet der? Aufstieg 30. Oh, das ist gut. Das ist gut. Aber. Wir wollen jetzt erstmal Matilda hier erhöhen. So. Bege. So. 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 sehr gut jetzt kommt nämlich eine ich glaube das müsste reichen ich bin mir noch nicht sicher aber ja 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 So, jetzt haben wir ein kleines Problem, und zwar die Drachen. Jetzt haben wir nämlich keinen Zeitmagier. Mal gucken, wie weit wir mit dem kommen. Das bereiten wir schon mal für die nächsten Wellen vor. Mal gucken, wie weit wir mit dem Weg gehen. Mal gucken, wie weit wir mit dem Weg gehen. Mal gucken, wie weit wir mit dem Weg gehen. 100. Dann braucht er 50. Okay, dann probieren wir mal. Okay. Mal gucken, wie weit wir mit dem Weg gehen. Mal gucken, wie weit wir mit dem Weg gehen. Mal gucken, wie weit wir mit dem Weg gehen. Mal gucken, wie weit wir mit dem Weg gehen. Mal gucken, wie weit wir mit dem Weg gehen. sehr gut jetzt kommt der vogel dann mal hergamin dann mal hergamin Okay, flugfähig, magieresistent. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. 50 25 25 25 26 27 31 33 34 35 35 35 35 36 37 38 38 38 39 39 39 40 39 40 40 41 41 41 Nein, einer ist durchgekommen. Sauerei. So, jetzt kommt dieser Ampferwichtel. Dann mal los. Okay, ich hab's ja nie gut im Griff bis jetzt. 110, das heißt, der kann ein Level hoch. Geil. Geil, das ist Max, das ist gut. Nächste Stupe 150, mal gucken ob ich mir mal erreichte schnell ist. 13, komm. Mit 35, mit 43? Jawoll! Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Müssen wir nicht auf. Und eine Stufe kann er noch. Ähm. Der ist. 100er. Ne 50er. Oh, dann müssen wir den ja noch. Wir müssen noch die Bogen schützen. Scheiße. Wir müssen noch mal so langsam am Sieg kommen. Das tut mir nicht sehr, 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 sehr knapp. Ja, ich bin den Anfang wieder falsch angegangen. Oh shit. Aua, aua. Nur noch ein Leben. Morbole. Okay, Morbole. Dann komm mal her. Schmecken. Håb. Man. Schmecken. 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 Okay, die hatten wir alle im Griff. Jetzt können Stiel mehrere Kristalle. Okay, ach so, das sind hier die zwei, alles klar. Das muss man. Shit, ich muss mir das Finger auf die Führung. Aber wir haben die Kohle noch gekriegt, sehr gut. Höllenhund, sehr schnell, okay. 100. 25. Lass mal gucken, dass wir die alle ein bisschen aufgeladet kriegen. So, dann kann es weitergehen. So? Höllenhund. Höllenhund. Höllenharu. Höllenhaal. F großartig. Notch 7. Ho Camласти. Reinheruentええ��. Geil! Wir müssen uns langsam vorbereiten auf den Flieger. Wir müssen uns langsam durch draggeden. Puh, Glückwunsch. Jetzt kommt Hünchen. Jetzt kommt Hünchen. Das sind jetzt Kack-Dinger. Jetzt kommt Hünchen. 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 Versuchen es nochmal. Nochmal, nochmal. Was läuft? Diesmal mit Turbo-Modus. So. Jetzt kommt Hünchen. Das ist ja. Jetzt kommt Hünchen. Dann kommt Hünchen. Dann kommt Hünchen. Jetzt kommt Hünchen. Dann komm宣ul. Moment... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017